Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy, wo wir endlich Henriettas Versteck angehen können. Bin gespannt, ob wir den Niffler finden und ob es hier wirklich Fallen gibt. Also finde ich raus nach dem Intro. Das muss das Schloss sein, wo Miss Coffees Niffler weggerannt ist. Wie komme ich hinein? Empfehlen Sie uns. Was haben wir denn? Oh! Was ist das? Du hast dich kontrolliert. Das wirst du lösen. Kutsi. Das hast du getan. Das war ein Fehler. Ich kann zum ersten Mal... ...wirklich trinken nehmen. Nur eine Frage der Zeit. Du hast doch Unsinn. Oh! 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 Also die waren jetzt das erste Mal so ein bisschen härter gefühlt. aus dem Meer philosophers. Oh! 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 okay das war bestimmt schon mal hier das hat was mit merlins prüfung zu tun und jetzt mal wenn nur nachts benutzt werden herr suki wo ist es jetzt nacht das wird wirklich komplizierte hier das ist ein großes was der rest nicht das muss hier sein der schütze der war schon ein bisschen komplizierter doch welch angenehme überraschung ich glaube ich muss die dinge einfach nur ok Da wäre selbst Merlin stolz. Sehr schön. Läuft. So, jetzt fehlt immer noch dieser entlaufende Niffler. Scheint der richtige Ort zu sein. Ah, dann... Viel Glück. Henriettas Versteck. Dengarium Nebiosa. Nebiosa. Konkredi. Rebellion. Incentral. Nebiosa. Incentral. Lignosa. Lignosa. Achios. Dengarie Lidiosa. Lidiosa. Achios. Indaddium Lidiosa. Achios. Dengarie Lidiosa. Achio, Degadium Lidiosa. Riveli. Inzentren. Hm, nein. Es muss einen Weg hindurch geben. Degadium Lidiosa. Achio. Degadium Lidiosa. Also, geht doch. Man muss nur auf die Symbole achten. Die drauf sind, ne? Und jetzt kommt wieder die Frage. Wie sind die hier reingekommen? Moment. Ist der Info frei von meiner Schatzkarte? Ja. Oh. Wo in der Karte ist sein? Oh. Und jetzt, das ist die Frage. Ja. Und jetzt, das ist ein Karte. Und jetzt, das ist ein Karte. Und jetzt, das ist ein Karte. Und jetzt ist der Karte. Wie gehts? Ja. Entschuldigung! Das ist hier! Oh! 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 Zurückschlagen! Wusste, ich finde dich! Bombarde! Expelliarm! Feigling! Genau, Feigling! Genau, Feigling! Privileg! Incentive! 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 Confrido! Rebellion! Ah! Schau mal! So kommt man auf die andere Seite! Auf Cuid grading! Ja! Sais 1988! So, das sind hot in der Motorrad. Deja kan! Vend ich deinen Tablet. Achir! Achir! Reveen ihn! Das war's für heute. Incentive! Legion! Arceum! Revely! Hoffen wir, das war jetzt richtig. Arceum! Es gibt hier einen Schatz, dann gibt es auch einen, weitersuchen! Konfingo! Incentive! Reicht einen Ausgleich! Verwarten! Entschuldigung! Brauenhafte Bande! Wenn ich den Schätzen folge, finde ich den Niffler. Schätzen! Ich bin ein Kuss! Ach, ich bin ein Kuss! Ich bin ein Kuss! Ich bin ein Kuss! Okay, da geht's anscheinend nicht weiter. Dann gucken wir hier oben erstmal. Okay, da geht's. 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 Okay, wie krieg ich den da rüber? Ah, oh, alles klar. Okay. Okay, da geht's. Okay, da geht's. Okay. 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 Der ist gut abgesichert. Okay. Okay, eine Zelle, eine Folterkammer oder sowas. Okay. Ja, sie haben ja gesagt, dass hier alle überall sind. So, und jetzt bleibt nur noch die Frage, wie komme ich da oben rüber? Rebellion. Das war übrigens meine Chance, da rüber zu kommen. Dein Winkler. Die Winkler. Die Winkler. Kostringo! Akir! Leg los! Incentive! Reparo! Vincastro Liviosa! Lumos! Reveal you! Vincastro Liviosa! Hmm... Expellamos, bambada! Geht doch. Arresto Momento. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert wird, diesen Niffler hier auszuholen. In Send- Noch mehr Erschwinderinnen. Erschwinder. 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 Es geht einfach. Ex-pulso! Hotelgeschwindigkeit ist mehr durch als erwartet. Für die Arten. Eine aktuelle Incentive! Incentive! Es wird richtig. Gut. Ich muss hier. Ich kann nicht gehen. Ich bin nach. Ex-pulso! Ex-pulso! Entzelt! Komm, trink! Ich bin nicht zu einem Erkrank. Rettung! Gut, Zio. Ich will die Rettung! 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 Renсы! Es wird dir noch leid tun! Rettung! Verspiel. Ich schübel gerade. Niemand wird glauben, dass er kann. Ich weiß, dass ich allein eine Erschwinderin besiegt habe. Eine? Weißt du, wie viele das hier waren, Kollege? Das war schon ein bisschen unfair jetzt hier gerade. Ich hatte doch irgendwo gerade diesen Würfel gesehen. Ich kann die Was ist das? Eine Schatzkarte? Okay, aber das Glockenrätsel, sowas hatte ich in der Vergangenheit auch schon. So. Da oben hatte ich ihn gesehen, genau. Donnie. Ich hatte doch hier irgendwo einen Würfel gesehen. So, der gehört hier hin. Und den Feuerwürfel hatte ich auch gesehen, aber ich glaube, den werden wir dann erst beim nächsten Mal wieder raussuchen. Da hinten. Achio. Incentrum. Nebiosium, Achio. So, okay. Dann dauert die Folge jetzt ein ganz klein wenig länger, aber dann haben wir wenigstens das Würfelrätsel noch gelöst. So, und finde den Schatz anhand der musikalischen Karte. Das machen wir beim nächsten Mal bei Hogwarts Legacy.